Moin! Willkommen in Leipzig-Gohles, an der Menke-Straße. Normalerweise kann man hier bei der Friedenskirche die Straßenbahnen der Linie 12 beobachten, zwischen Innenstadt und Gohles Nord. 2023 fahren jedoch auch die Bahnen der Linie 4 hier vorbei, auf einer Umleitung durch die Menke-Straße. Dieser Fahrleitungsmast steht im Garten vor dem Haus. Die Straßenbahnen fahren auf beiden Seiten am Gohleser Anger vorbei. Diese Fläche wurde als Minipark umgestaltet und im Frühjahr 2023 der Öffentlichkeit übergeben. Die Fläche wurde als Minipark umgestaltet und im Frühjahr. Die Fläche wurde als Minipark umgestaltet und im Frühjahr. Die Fläche wurde als Minipark umgestaltet und im Frühjahr. An dem Schaltkasten sind zwei Tafeln aufgehängt. Dort kann man Informationen zur Geschichte von Platz und Umgebung lesen. Die Fläche wird als Minipark umgestaltet, um Park Strait Gonnaehenะ. Am westlichen Ende des Platzes steht das Golisser Schlösschen. Nicht nur vom Golisser Anger, sondern auch vom Poetenweg aus bietet es einen schönen Anblick. Etwas weiter führt die Strecke am Gebäude der früheren VEB Goldegg Schokoladenfabrik vorbei. Dort folgt ein eingleisiger Abschnitt. Die Strecke am Gebäude der Schauspieler 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Grund für die Umleitung sind Bauarbeiten in der Waldstraße. Dort wird eine Brücke erneuert, ebenso Gleise und Fahrleitungen der Straßenbahn. Die Strecke wird für den Einsatz breiterer Fahrzeuge umgebaut. Mit diesen Bildern sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020